In meinen Seminaren höre ich ganz häufig, wenn ich einen Wasserfilter habe, dann ist das Thema Wasseraufbereitung für mich erledigt. Also einfach durch den Filter durchjagen und dann ist alles gut. Wenn auch du das glaubst und das für dich das Nonplusultra ist, dann habe ich leider eine schlechte Nachricht für dich. Es gibt nämlich sehr viel mehr Probleme, die man im Wasser haben kann. Und um diese zu lösen, gibt es auch zum Beispiel diese SteriPens hier. Und wenn du wissen willst, warum das für dich eine Lösung sein kann und du wissen willst, worum es eigentlich bei der Wasseraufbereitung geht, dann bleib dran. Hallo Willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir wollen uns das Thema mal ganz kurz anschauen. Ich will dann was über diese SteriPens erzählen, das ist UV. Aber bevor wir uns überhaupt die Lösung anschauen und warum ich dir jetzt unterschiedliche Arten von SteriPens vorstelle und du dann nach diesem Video ganz sicher wissen wirst, ob eine SteriPen eine Lösung für dich ist und wenn ja, welche, wollen wir ein anderes Prinzip angehen. Und zwar, ich gehe das immer so an, dass man sich zuerst anschaut, Risk first. Das heißt, wo ist das Risiko? Und jetzt stelle ich da die Frage, Wasser. Wenn wir Wasser in einer Überlebenssituation aufbereiten wollen, stelle ich die Frage, welche Gefahren sind im Wasser? Know your enemy, kenne die Gefahr. Risk first. Schauen wir uns das zuerst an, bevor wir über Lesungen sprechen. Was kann drin sein? Und im Großen und Ganzen sind es zwei Hauptgefahren, die uns hier ein Problem machen. Und zwar, das eine sind biologische Gefahren und mit biologisch meine ich jetzt nicht, ob die Menschen gemacht sind oder in der Natur vorkommen, sondern ich meine damit irgendwelche Lebensformen, wie auch immer das konkret ausschaut. Da kommen wir gleich dazu. Das ist mal das eine, das sind die biologischen und weil Bio gerne grün ist, nehmen wir die als grün her. Und dann haben wir chemische Gefahren, das heißt Chemie. Das kann auch aus der Natur kommen. Das heißt, diese chemischen Gefahren, die wir hier an dieser Stelle haben, das heißt nicht, dass das aus einer Fabrik rausrennen muss. Komme ich gleich dazu. Lebewesen, chemisch. Und jetzt müssen wir uns etwas ganz Elementares anschauen. Also, diese zwei Kategorien müssen anders behandelt werden, weil sie eine andere Gefahr für dich auslösen und eine andere Lösung brauchen. Das sind zwei Paar Schuhe und da kommen wir jetzt gleich dazu. Ob Filter, also Campingfilter meine ich jetzt, ich meine wirklich Campingfilter, Outdoorfilter, nicht irgendetwas in einem Labor oder mit Strom oder bla bla bla, sondern Outdoor-Camping-Ausrüstung, wie zum Beispiel auch diese SteriPen, die funktionieren in dieser biologischen Ecke hier. Okay? Ganz grob. Ich bin kein Wissenschaftler und du willst wahrscheinlich auch keiner werden. Und wenn ein Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin zuschaut, verzeih mir diesen laienhaften Zugang. Wir wollen keine Doktoren werden. Was können das jetzt sein? Das können Parasiten sein. Das können Bakterien sein. Ich schreibe Schirch, aber du weißt, was es geht. Und es können Viren sein. Das können Viren sein. Okay? Okay, so weit, so gut. Das sind unsere biologischen Gefahren und die kriege ich zum Beispiel mit diesem SteriPen in den Griff. Was sind jetzt chemische Gefahren? Natürlich, chemische Gefahren, das können natürlich irgendwelche Schwermetalle sein. Ich kürze das ab. Irgendwelche Schwermetalle. Es können Tenside sein. Irgendetwas, was man halt einfach reinlässt, weil wir halt Menschen und Schweine sind, sozusagen. Und durch unsere Produktion und durch unser Leben chemische Strukturen, die wir selbst kreieren, in das Abwasser reinlassen. Auf die eine oder andere Weise. Es können Düngemittel sein. Wurscht. Nitrit, Nitrat. Alles da in diesem Bereich kommt da jetzt einmal rein. Das sind keine Lebewesen. Es kann auch sein, dass ein Bakterium ein Gift produziert, weil es sozusagen rauskackt. Stoffwechselprodukte. Das Bakterium selbst wäre harmlos, aber das, was es rauskackt, das ist wieder gefährlich. Das ist ein Gift. Und so weiter und so fort. Ist jetzt mal egal. Ich will jetzt gar nicht näher drauf reingehen. Und jetzt siehst du schon, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ein herkömmlicher Wasserfilter oder eine SteriPen funktionieren auf dieser Seite nicht. Das kannst du gleich einmal vergessen. Risk first. Das hier, das kriege ich nicht in den Griff mit dem hier. Auch nicht mit einem Soja-Wasser-Filter. Auch nicht mit einem Katar-Dünn-Filter, mit einem B-Free zum Beispiel. Was auch immer. Das kriege ich mit dem in den Griff. Ich kann nur hier auf dieser Seite arbeiten. Und jetzt kommt die nächste Frage. Ich kann dir sagen, dass diese SteriPen oder diese SteriPen, wir schauen uns dann noch an, wo die Unterschiede liegen. Können Parasiten eliminieren? Yeah. Können Bakterien eliminieren? Yeah. Und können Viren eliminieren? Yeah. Das heißt, du hast gewonnen. Das heißt, auf der biologischen Ebene bist du hier extrem gut bedient. Kann das auch ein Filter? Kommt darauf an, welcher. Also es gibt zum Beispiel die Katar-Dünn- und die Soja-Filter und so weiter. Die gehen meistens nur bis hierher. Die können meistens nur das. Es gibt dann noch den Grail-Filter, der jetzt auch sehr populär ist. Der kann auch teilweise Viren. Der kann auch das hier. Aber so richtig, auch wenn du biologische Gefahren im Griff haben willst. Und wie gesagt, ich meine nicht Gifte. Ich meine, das meine ich damit nicht. Sondern unter Anführungszeichen Lebewesen. Dann brauchst du zum Beispiel oder kannst das möglicherweise oder kannst es sicher. Und da ist möglicherweise, so muss man es richtig sagen, die Steri-Pen die richtige Lösung. Also, Risk First. Das ist immer meine Methode. So gehe ich das immer gerne an. Also wenn dir das auch interessiert, dann schau bei meinem Survival-Trainer, also Survival-Coach-Ausbildung vorbei. Damit auch du genau solche Zusammenhänge sehr einfach verstehst, mitnehmen kannst und für dich integrieren. Aber jetzt halte ich es mal und jetzt schauen wir uns an, was das Steri-Pen kann. Na gut, wie funktioniert das nun mit dieser Steri-Pen? Da ist hier ein UV, eine UV-Lampe drinnen. Das heißt, wird mit Strom bedient, betrieben. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem. Da werden wir gleich nach drauf zu sprechen kommen. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Aber wie funktioniert es eigentlich nicht? Zum Verständnis. Stell dir vor, es ist ein Becher. Und der ist gefüllt mit Wasser. Und in diesem Wasser schwimmen jetzt unsere Erreger. Das heißt, das können Parasiten sein, das können Bakterien sein oder das können Viren sein. Und die schwimmen da in einer unterschiedlichen Dichte. Kommt drauf an, war es drinnen, also wie viel drin ist drin herum. Es gibt viele Möglichkeiten, um die da rauszukriegen oder einige, eine Handvoll. Und eine Möglichkeit, und das macht eben unsere Steri-Pen, ist hier mit UV reinzufahren. Mit Ultravioletten Licht sozusagen. Also mit UV reinzufahren und dadurch entweder diese Lebewesen zu töten, an der Reproduktion zu himmeln oder zu inaktivieren. Das ist die Idee dahinter. So, und das ist ganz entscheidend. Das ist nämlich eine andere Methode als zum Beispiel der Filter. Denn der Filter, das kannst du dir vorstellen, der geht mir wie ein Sieb da hin und her oder du presst es durch. Und da ist ein, wie ein Nudelsieb. Die Nudeln, die zu dünn sind, die gehen einfach durch und die dicken, die bleiben im Sieb hängen. Und leider sind Viren zum Beispiel ganz, ganz kleine dünne Nudeln, die durch die meisten Siebe durchgehen. Es gibt ein paar, die das sehr, sehr gut können, wie zum Beispiel der Quail. Aber das hat dann auch wieder andere Nachteile. Aber das kommt dann mal an einer anderen Stelle. Sonst wird das Video zu lang. So, mit UV. So, jetzt könnte der eine oder die andere sagen, Raini, du, warum sollte ich mir sowas hier kaufen? Mit deinen Ausprägungen, die du hier hast. Ja, du, UV gibt es doch umsonst. Hm? Wo? So wirklich, wo? Von der Sonne. Und das stimmt natürlich. Das ist diese sogenannte SODIS-Methode. SODIS, solare Desinfektion, die in Entwicklungsländern, Indien zum Beispiel, ist jetzt kein Entwicklungsland, aber in Indien oder in Afrika verwendet werden, um hier eben die Wasserversorgung mit sicherem Wasser, nicht sauberem Wasser, sondern mit sicherem Wasser aufrecht zu erhalten. Für die Bevölkerung. Damit die nicht Durchfall kriegen und leistungsfähig bleiben und ein selbstbestimmtes Leben führen können. Es macht keinen Spaß, permanent Durchfall zu haben und krank zu sein. So, SODIS, solare Desinfektion. Und dazu wird eine BED-Flasche, eine spezielle BED-Flasche, in die Sonne gekriegt. Aber bedenken wir eines. Da, wo ich bin, da, wo ich jetzt gerade bin, ist die gemäßigte Klimazone. Das ist nicht vergleichbar wie im Äquator. Jetzt höre ich dann immer wieder, das habe ich sicher hunderte Male gehört, naja, es ist okay, dass das vielleicht bei uns nicht so gut funktioniert wie in Indien oder wie in Afrika, aber besser als nichts, und das ist falsch, besser als nichts gibt es nicht bei Wasser. Wirklich nicht. Also entweder habe ich es aufbereitet oder eben nicht. Okay? Und das ist ganz entscheidend. Und das Problem ist, mit dieser normalen SODIS-Methode hier bei uns in unseren Breiten, wenn ich mir jetzt hier diese schöne liebe Wasserflasche vorstelle, ja, eine hässliche Wasserflasche, aber trotz alledem, und die ist gefüllt mit Wasser, und hier kommt eben die Sonne rein, dann, ja, da hast du kein Feedback. Du weißt nicht, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert? Gut, im Hochsommer, wenn ich acht Stunden pralle Sonne rein knallen lassen kann, dann funktioniert das. Wahrscheinlich, vielleicht, möglicherweise, hoffentlich. Aber im Winter, jetzt gerade, wo ich das Video mache, wir haben jetzt November, es ist draußen Nebel, da kannst du vergessen. Das heißt, die Sonne ist zwar eine liebe Methode, aber du kannst dich nicht darauf verlassen. Erstens, ist sie da oder nicht da? Das ist das eine. Und das andere ist, hat es funktioniert oder nicht? Kein Feedback. Und daher ist die SODIS-Methode für uns keine sichere Methode. Und für das gibt es eben das hier. Das schalte ich ein und kann fire and forget. Und das ist eine Lösung, die ich sehr, sehr schön finde. Das bedeutet, diese SteriPen macht das UV hinein und deaktiviert dir, oder tötet, ja, die biologischen Gefahren. Und jetzt schauen wir uns an, wie das konkret funktioniert. Wir werden uns die unterschiedlichsten Arten und Formen von dieser SteriPen noch reinschauen. Aber eines hier. Ich habe jetzt hier ein Glas Wasser, klares Wasser. Das ist wichtig, denn die haben auch Nachteile, aber dazu kommen wir. Und jetzt kommt etwas, was ich voll super finde. Fire and forget. Ich muss mal nur merken, dass ich da Strom reinpumpen muss, wie auch immer. Das werden wir uns nur ansehen. Und ich muss mal merken, dass ich damit einen halben Liter maximal in einem Gefäß mit klarem Wasser aufbereiten kann. Das wirst du merken. Also wenn du dir das nicht merken kannst, dann lass das mit dem Wasser aufbereiten. Halber Liter, klares Wasser und reinhalten. Weil wie lang? Das weiß das Gerät. Du steckst es einfach rein. So. Und jetzt, ich hoffe, du kannst das sehen, jetzt beginnt schon das UV ultraviolett zu leuchten. Yeah. Wenn ich es jetzt rausziehen würde, was ich nicht mache, dann würde es sich auch automatisch aufhören. Das heißt, es ist hier ein Schutz gegeben, eine Schutzfunktion. Das heißt, das Ding schaltet sich nur ein, wenn ich es in Wasser stecke. So. Und jetzt wird hier das UV durchgeschossen und würde alle Bakterien, oder tötet hier, das Wasser muss ich hinzufügen, das ist aus der Wasserleitung, also gehe davon aus, dass es aufbereitet ist, aber es soll so sein. Bakterien, Viren und auch Produzöne, also Parasiten. Einzelige Parasiten werden hier getötet. Ja. Ja. Also genau das ist die Idee. Und jetzt sagst du, wie lange muss ich es reinhalten? Bis das Lamperl sagt, fertig. Das heißt, diese Lampe wird hier aufhören und das hat sie jetzt auch schon gemacht. Und jetzt kann ich rausnehmen und das Wasser ist aufbereitet. Also wenn das keine Fire-and-Farget-Lösung ist, dann weiß ich nicht, was Fire-and-Farget-Lösungen sind. Also ich finde das total genial. Das Schöne ist jetzt, es ist fertig. Jetzt kannst du sagen, ich weiß trotzdem nicht, ob es funktioniert hat. Doch, weil es der Hersteller dir garantiert. Und es ist was anderes, weil hier das in einer viel höheren Konzentration entsteht, als Sonne. Hier weiß ich nicht, wie viel UV wirklich reinkommt. Zumindest in unseren gemäßigten Klimazonen. Am Äquator ist das was anderes. So. Das ist doch cool. Ich finde das genial. Und im Endeffekt gibt es aber natürlich, also es hat den Vorteil, es funktioniert perfekt, es hat aber auch Nachteile. Und diese Nachteile sind zwei Stück für mich persönlich. Das eine ist, ich brauche Strom. Ich brauche Strom. Und zwar, das kann ich auf zwei Arten bewerkstelligen. Entweder mit einem Batteriefach. So, wenn ich es aufkriege, da werden hier Batterien eingesetzt, nämlich Doppel-A-Batterien. Was eine gute Sache ist, weil das die Batterien sind, die am häufigsten vorkommen. Doppel-A-Batterien werden hier eingesetzt und du bist dabei. So, es gibt auch einen, der mit, das ist dieser hier, das ist der Adventure Opti. Der funktioniert mit Ca123-Zellen. Das hat einen Vorteil, komme ich dann nachher noch dazu. Also Batterien. Und dann gibt es die Stereo-Bans, so wie diese hier, diese Ultralight. Bei der ist es so, dass es ein integrierter Lithium-Ionen-Akku, der mit einem USB-Anschluss hier geladen werden kann. Das heißt, du kannst es an die Solarstation hängen, sofern du denn auch Solarenergie nutzen kannst. Oder an eine Powerbank oder sonstige Dinge. Ich werde dann auch noch was dazu erzählen über die Wirtschaftskrise in Venezuela, wo das sehr, sehr wichtig ist. Aber ganz kurz noch. Das ist ein ganz großer Nachteil. Das heißt, du brauchst elektrische Energie. Ein Filter brauchst du es nicht. Das muss dir bewusst sein. Aber du hast hier innerhalb von 30 Sekunden ein ganz klares Ergebnis. Du bist hier innerhalb von 30 Sekunden ganz klar dabei und ist trinkfertig. Und das hat was. Das hat was. Und ein weiterer Nachteil ist, das Wasser muss klar sein. Stell dir jetzt wieder hier diesen Behälter vor. Oder eben dieses Glas mit dem Minion drauf. Das ist von meinem Sohn. Oder von meinen Söhnen, muss ich sagen. Wenn hier jetzt eine trübe Brühe wäre, also ganz viel Sand zum Beispiel drinnen wäre und alles ganz schwarz wäre, so richtig dunkel, weil es noch voll mit Erde ist, dann kann das UV ja nicht komplett durchdringen. Es wird gehemmt. Viele kleine dieser winzigen Mikroorganismen könnten sich in Sandkörnern in der Oberfläche verstecken und wird gar nicht von dem UV getroffen. Das heißt, du musst das Wasser vorher aufbereiten. Und zwar nicht in Form von sicher machen, sondern sauber machen. Und das ist ganz entscheidend. Lass mich das vielleicht so erklären. Lass mich das vielleicht so erklären. Ich unterscheide, und das ist ganz entscheidend, zwischen sauber, sauberes Wasser und sicheres Wasser. Das sind zwei Paar Schuhe. Sauberes Wasser ist nicht sicher und sicheres Wasser muss nicht sauber sein. Aber es kann auch sauberes Wasser sicher sein, aber es kann dreckiges Wasser auch sicher sein. Wenn du jetzt sagst, ich habe überhaupt nichts verstanden. Sauber bedeutet, dass es klar ist, dass es aussieht wie das Wasser in diesem Minion-Glas. Das ist sauber. Sauber. Da sind keine Sedimente drinnen. Das ist klar. Aber es heißt nicht, dass es sicher ist. Weil die Mikroorganismen, die kann ich nicht sehen. Sicheres Wasser heißt, dass keine Mikroorganismen enthalten sind. Sicheres Wasser bedeutet, dass keine chemischen Verunreinigungen drinnen sind. Das ist sicheres Wasser. Also das Schmutzlabel hat damit überhaupt nichts zu tun. Das sind zwei Paar Schuhe. Aber damit ich mit einer SteriPen sicheres Wasser erzeugen kann, muss es auch sauber sein. Und das ist ein bisschen ein Nachteil. Weil du dir dann natürlich gewisse Dinge überlegen musst. Du musst es vorfiltern. Du musst es absetzen lassen. Das wäre jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich das jetzt direkt aus einer Kloake hole, sozusagen. Und ich weiß oder davon ausgehen kann. Oder ich mag ein konkretes Beispiel geben. Ich habe mir eine wunderbare Dokumentation angeschaut. Ich habe leider nichts verstanden, aber es war Spanisch oder so. Von einem Ureinwohnerstamm, der Hatsabe, aus Tansania in Afrika. Und die gehen dort irgendwo in dieser Steppe, die sie haben, so eine Gratlandschaft, an einen Punkt und graben dort rein. Das ist so ein ganz lockerer, sandiger Boden. Und dann kommt dort das Wasser von unten raus. Das ist eine Quelle. Und das Wasser, das ist so braun, wie wenn ich da jetzt ganz einfach Erde reinstreuen würde. Und die trinken das. Da könnte ich, wenn ich dieses Wasser aufbereiten möchte, mit der Steripel überhaupt nichts. Da könnt ihr nichts tun damit, weil das wird nicht funktionieren. Haben wir gerade besprochen. Weil es nicht sauber ist. Jetzt muss ich es aufbereiten. Und daher lasse ich das Wasser zum Beispiel in diesem Glas stehen. Und das Sediment wird sich nach einiger Zeit nach unten absetzen und hier unten hängen bleiben. Oben ist es klar, unten ist der Schmutz sozusagen. Dann kann ich wieder reinstecken oder es abfiltern oder abschöpfen und aufbereiten. Es gibt auch von Steripel einen eigenen Vorfilter. Den zeige ich dir dann nachher noch, mit dem du arbeiten kannst. Oder du filterst es über ein Tuch oder über den guten alten, den guten alten, kennst du Bear Grylls? Weißt du, wie der ist es? Wenn nicht, macht nichts. Der nimmt immer einen Socken, um sein Wasser aufzubereiten. Und daher erfahre ich halt immer, ja, aber es ist halt dann sauber danach. Nicht sicher. Es ist nicht sicher, sondern es ist sauber. Aber damit kriege ich die Sedimente raus und kann dann zum Beispiel mit der Steripel arbeiten. Ich glaube, dass ich jetzt lange genug darüber gesprochen habe, um dir klarzumachen, sicheres Wasser ist nicht sauber und umgekehrt. Aber damit du aus unsicherem Wasser sicheres machen kannst, damit du es trinken kannst, ohne dass du Spritzkalk kriegst, aus Durchfall, musst du bei der Steripel es sauber machen. Das ist halt so. Wenn du nicht deine Socken verwenden willst, sondern ein bisschen professioneller arbeiten willst, dann hat der Steripel auch hier eine Lösung für dich. Schau mal her. Das hier ist so ein kleines Sieb, ein ganz ein feines Sieb. Ja, ich hoffe, du kannst das gut erkennen. Und dieses Sieb hat nicht das Ziel, das Wasser sicher zu machen, ganz und gar nicht, sondern es macht es sauber. Das hier ist ein Trichter, der endt, dann wird hier in diesem Trichter dieses Sieb sozusagen eingesetzt. Da gibt es einen kleinen Klack und die Sache ist erledigt. So, jetzt hängt das hier drinnen. Und jetzt könntest du hergehen und es zum Beispiel in so einen Behälter reinfüllen, das Wasser reinlaufen lassen, durchsickern lassen, dann bleibt der ganze Dreck in diesem Sieb hier hängen und du hast unten klares Wasser. Das heißt, das Wasser ist sauber. Aber ist es auch sicher? Nein, ist es nicht unbedingt. Das weißt du mittlerweile. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe eine BED-Flasche oder eine andere Flasche, die nicht so einen Weithals hat, dann kannst du hier diesen Trichter aufsetzen und kannst es auch in eine BED-Flasche einfüllen. Das ist die Idee. Und dann könnte man auch noch, wenn man ganz cool ist, wird das dann nachher mit der Stereo Pen hier reinfahren. Bei einer Nalgien-Flasche wird das zum Beispiel gehen und direkt in die Nalgien-Flasche hier jetzt das UV reinschicken. Aber das ist eine Möglichkeit. Ich beschreibe das dann mal. Ich werde eigene Videos machen, wo ich jede einzelne Stereo Pen noch einmal genau vorstelle und über die Vor- und Nachteile konkret spreche. Aber das ist das Übersichtsvideo, damit du mal weißt, wie das überhaupt funktioniert, wenn es dich denn interessiert. Ich habe jetzt hier vier unterschiedliche Arten von Stereo Pen für dich vorbereitet. Und da muss man einfach darüber sprechen, wofür da ist. Schau mal her. Das hier ist das Aqua. Das Aqua funktioniert mit Batterie. Habe ich gerade vorher gezeigt. Und ist einfach genau so in diesem Lieferumfang enthalten und fix fertig. Und die Sache ist erledigt. Ist relativ günstig. Du drückst dann, du kannst es hier ein- und ausschalten, um den Batteriestand dir anzuschauen. Und auch hier brauchst du nur reinstecken und das Stereo Pen macht alles für dich. Du brauchst eigentlich nichts wissen. Dann gibt es dieses Klassik-System hier, Stereo Pen. Bei dem ist jetzt auch, es schaut genauso aus, funktioniert auch mit Batterien. Hier ist aber ein Filter schon dabei. So ein Filter-Element plus ein Aufsatz. Das ist mir runtergefallen. Plus ein Aufsatz. Das heißt, es ist im Endeffekt das hier, nur mit ein bisschen mehr Zubehör, kannst du dir dann sozusagen gleich dazu kaufen. Der Punkt ist aber, das sind alles Batterien. Nämlich diese AA-Patrien, wie du wahrscheinlich auch in deiner Fernsehfirmenbedienung hast. Und das andere System wäre jetzt ein Zwischenschritt, nämlich mit diesem Adventure. Den kann man hier hinten aufmachen. Da braucht man aber einen Schraubenzieher dazu oder einen Schraubendreher oder wie auch immer du das nennen magst. Ich nehme dazu das gute alte Victor-Genox, das man, wenn man Auto unterwegs ist, ohnehin in der einen oder anderen Form dabei haben sollte. Und kannst hier hinten aufschrauben. Das heißt, das geht nicht mit Glacken, das muss man wirklich aufschrauben. Und hier hinten kommen dann, wie du siehst, diese CA-123-Batterien rein. Es gibt übrigens bei den CA-123-Batterien auch welche, die wiederladbar sind. Aber was ist hier die Idee? Wenn ich jetzt eine CA-123-Zelle, die ich da drinnen habe, vergleiche mit einer normalen AA-Batterie. Mit einer ganz normalen AA-Batterie. Was ist der Unterschied? Erstens kann mir die CA-123 viel mehr Energie abgeben. Ja gut, das ist mir doch wurscht. Und ist dadurch leichter. Ja, ist halt wurscht. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist, du kannst sie in einem viel längeren Stand-by halten, ohne dass sie eine Entladung hat. Die kannst du 10, 15 Jahre so liegen lassen. Sie läuft nicht aus. Bei einer AA-Batterie kann dir das passieren und hält die Spannung. Ist also eine Sache, die ich reinwerfe in ein Survival-Kit zum Beispiel. Und dann nicht jedes Jahr neu warten muss. Das ist vielleicht die Idee dahinter. Kannst du machen. Das ist dieses Teil hier. Der hat auch eine Taschenlampe, aber das beschreibe ich mal in dem Video, wo ich den genau vorstelle. Das andere ist jetzt zum Beispiel das hier mit USB. Das bedeutet, ich kann dir sagen, dass es sehr lang die Spannung hält, aber natürlich nicht vergleichbar mit einer CA-123. Wenn ich die jetzt 10 Jahre liegen lasse, ist alles gut. Das geht bei dem hier sicherlich nicht. Dafür habe ich den großen Vorteil, dass ich hier unabhängig von irgendwelchen Batterien unterwegs sein kann und habe immer die Möglichkeit, mich zum Beispiel über eine Powerbank aufzuladen. Und ich habe ja gerade vorher vor ein paar Minuten gesagt, ich will was über Venezuela, über die Wirtschaftskrise dort erzählen. In Venezuela, ich habe dort Interviews geführt, Ferninterviews mit Leuten, die betroffen sind aus unterschiedlichen Schichten, Bildungsgraden und Regionen, Stadt, Land. Und die haben teilweise, besonders in der Stadt eben, das Problem mit sicherem Trinkwasser. Nicht unbedingt mit sauberem Wasser, sondern mit sicherem Wasser. Und sicheres Wasser bedeutet, wenn ich es habe, dann geht es mir gut und ich bin gesund und leistungsfähig und muss nicht ins Krankenhaus. Und meine Kinder und die Menschen, die mir wichtig sind, sind gut versorgt. Oder ich habe zwar sauberes Wasser, aber es ist nicht sicher und dann kriegt man Spritzkack, also Durchfall, wie das in Österreich heißt. Und das ist eine unangenehme Sache, besonders in einer Wirtschaftskrise. Und da gibt es Geschäfte, sozusagen, ob legal oder illegal oder halblegal, ist jetzt eine andere Sache, wo du dein Wasser aufbereiten lassen kannst. Ich habe schon mal in einem Video über Kanister gesprochen, wie wichtig diese sind in der Krisenvorbereitung. Aber ich verwende diese Kanister auch bei meinen Outdoor-Trainings. Faltkanister zum Beispiel. Gibt es natürlich billige Eigenwerbung auch bei mir im Shop. Dort gehst du in Venezuela mit deinem Kanister dorthin. Der hat dann sowas in der Richtung. Und bereitet dir dein Wasser auf. Dann nimmst du es wieder mit, zahlst natürlich irgendetwas oder tauscht etwas und gehst dann wieder daheim und weißt, dass du nicht nur sauberes Wasser hast, sondern auch sicheres. Die machen das mit UV. Und daher kann ich dir nur sagen, dass das mit dem Akku, wenn es ein bisschen Strom gibt und du die Möglichkeit hast, Strom zu haben, gar nicht mal so blöd ist. Hat natürlich auch seine Nachteile. Mir ist das klar, wenn der Akku drinnen kaputt ist, ist er kaputt. So, was bedeutet das jetzt für uns? Wenn du jetzt sagst, nein, du hast zu viel erzählt, was soll ich mir besorgen? Ich weiß nicht, es hängt davon ab. On the run, wenn du auf Reisen bist, wenn du sagst, ich gehe reisen und ich möchte mein Wasser auch in suspekten Gegend, wie ich das jetzt nenne. Nein, einfach wo halt der Entwicklungsgrad ein anderer ist von der Zivilisation her, wo es nicht so viel Sicherheit gibt, was die Trinkwasserversorgung betrifft. Dann ist das hier die Lösung, weil du hast wahrscheinlich Strom, da ist ein USB-Kabel dabei. Alles ist gut. Also auf Reisen sage ich das hier. Wenn du ein Hiker bist, sozusagen, also ein Wanderer bist und heutzutage hat man, Kopflampen liegt da drüben, du hast ein Navigationsgerät und das meiste läuft mittlerweile auf USB, dann kannst du auch mit dem hier arbeiten. Ja, ist überhaupt kein Thema. Ich habe zum Beispiel das hier. Okay, es ist genau dasselbe, nur mit Tarn halt, weil es das nicht anders gegeben hat. Du bist mit dem hier echt fett dabei. Okay, echt fett dabei. Ich liebe das Teil und das ist halt jetzt hier weiß. Billige Eigenwerbung gibt es natürlich alles bei mir im Shop, das ist eh ganz klar. Wenn du jetzt sagst, ich vertraue diesen Akkus nicht, das höre ich auch immer wieder, ich möchte Batterien, dann ist zum Beispiel diese SteriPen, der Aqua 3, diese Komplettlösung unter Anführungszeichen eine gute Idee. Weil du kannst hier schön arbeiten, das geht sich alles gut aus, die Batterien gibt es ja eigentlich auch. Das heißt, das könnte so eine Krisenlösung sein. Wobei, ich sage es noch einmal, meine Lösung, wenn es jetzt um Krisenvorbereitung geht, ist trotzdem USB. Aber das ist eine andere Sache. Jetzt kann man sagen, ja, aber ich mag das nicht. Schau, es gibt auch Batterien zum Beispiel in AA-Form, die wiederaufladbar sind. Diese Teile hier, gebe ich dir den Link dazu. Ich habe die von Amazon und die kannst du natürlich auch hier einsetzen. Und kannst dann trotzdem mit einem USB-Kabel, da ist hier der USB-Anschluss, die wiederaufladen. Also auch das gibt es, du könntest das beides kombinieren. Aber das Ding ist halt etwas größer und etwas schwerer. Und wenn du sagst, ich will es aber nur für daheim haben, ist das eine gute Lösung. Oder du sagst, ich will gar keinen Vorfilter haben, weil ich ja eh daheim bin und das mit einem Kaffeefilter mache, oder mit der Socke, oder mit dem Decken, oder mit dem Geschirrtuch, den Schmutz, also sauberes Wasser zu produzieren, damit man dann die SteriPen sicheres Wasser machen kann. Dann ist auch dieses kleinere Set eine Überlegung wert. Musst du für dich entscheiden. Funktioniert beides mit AA-Bar drin. Und wie gesagt, wenn du schlau bist, kaufst du nicht normale AA-Bar drin, sondern auch wiederaufladbare. Wie gesagt, ich gebe dir den Link. Die geben auch 1,5 Volt, also das ist ganz gut. Oder eben für die Leute jetzt zum Beispiel, die wirklich sagen, ich brauche eine Lösung, eine Fire-and-Forget-Lösung. Ich möchte das irgendwo hinlegen, ich sage, ich möchte unterwegs sein und möchte hier an dieser Stelle mir sicher sein. Dann ist dieses Adventure Opti eine Möglichkeit, weil du eben mit CR123 Zellen fahren kannst, die es übrigens auch wiederaufladbar gibt. Es gibt auch welche, die man wieder laden kann. Also auch das ist eine Möglichkeit. Wenn du mich fragst, also meine persönliche Lösung ist das hier mit dem USB. Das ist nur meine Lösung, das heißt nicht, dass das für dich die richtige Lösung sein muss. Und das war's jetzt. Das Ganze ist natürlich eine pilgreichende Werbe-Video, ist ja ganz klar. Weil du natürlich diese ganzen Teile im Shop kriegst. Also wenn du sie kaufen magst, dann ist das okay, dann tu das. Aber ich sehe immer, mein Ansatz ist, know your enemy, kenne die Gefahr. Und damit man wirklich weiß, worum es dabei geht, braucht man halt auch ein bisschen Wissen. Ne, braucht man ein bisschen Wissen. Ich fasse zusammen. Um biologische Gefahren, also Lebewesen auf die eine oder andere Weise in den Griff zu kriegen, gibt es einige Möglichkeiten. Aber das ist was anderes als chemische Gefahren. Chemische Gefahren kann ich mit dem hier oder auch mit einem normalen herkömmlichen Campingfilter nicht wirklich rauskriegen. Da brauche ich andere Lösungen. Das reden wir anders mal. Dann gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, um diese Lebewesen rauszukriegen. Und eine ist eben UV. Manche sagen, nehmen wir halt die Sonne, nehmen wir Sodis. Das ist cool in den Entwicklungsländern am Äquator. Bei uns, will ich mich nicht drauf verlassen. Du hast kein Feedback. Und das ist der große Vorteil. Hier hast du Feedback. Du siehst ganz genau, halber Liter. Und das Ding macht alles automatisch. Du brauchst halt Stromversorgung dazu. Und du musst vorher sauberes Wasser produzieren, damit dir dann deine SeriPen sicheres Wasser herstellen kann. Aber dann, dann ist es fix. Dann gibt es kein Problem. Wenn du also chemische Gefahren ausschließen kannst, dann bist du mit der SeriPen gut unterwegs. Das ist ein Teil, ein Teil. Und abschließend, ich will damit jetzt nicht Filter schlecht machen, sondern ich will da nur einfach sagen, es gibt gewisse Bereiche, da sind Filter eine gute Sache. Aber es gibt auch Bereiche, eben, wenn du dir sicher sein willst, wenn vielleicht menschliche Fäkalien im Wasser waren und Viren übertragen werden können, dann wird es mit dem Filter leider relativ eng. Und auch die Sonderfilter, wie zum Beispiel der Grail, haben ihre Limitation und das hat auch seine Berechtigung. Das war's jetzt. Billige Eigenwerbung, wenn du magst, kannst du natürlich bei mir kaufen. Wenn du mir Fragen stellen willst, dann tu das. Und wie gesagt, schau bei meinem Survival-Coach-Programm vorbei. Da kriegst du genau dieses Wissen komprimiert, damit du es selber auch für dich anwenden kannst oder anderen weitergeben kannst. Ich glaube, das lohnt sich. Dein Rainer Rossmann, Daumen nach oben, hat mich gefreut. Bis bald und ciao.